Guten Morgen, heute ist Rewards-Tag. Heute wird Rewards gestreamt. Danach gehen wir in den Poolclub mit Emre. Heute ist sein Tag. Wetter ist etwas bescheiden heute in der Früh, ein bisschen bewölkt, aber später soll dann die Sonne rauskommen. Für mich geht es jetzt ins Stream, danach Lauf, Intervalllauf, wird ganz eklig. Ja und dann in den Poolclub. Guten Morgen. So, Stream ist fertig. Das klingt wie eine Insta-Story, aber ich wollte euch eigentlich sagen, dass ich jetzt laufen gehe. Intervalllauf, halbe Stunde. Ja, weil Ludo Goretz Ratzgrad Champions League ist. In drei Wochen oder so spielen wir gegen die Vorbereitungsspiel. Und dann geht es los und ich werde jetzt laufen. Irgendwie immer noch bewölkt, aber in Marbella soll das Wetter besser sein. Später gehen wir dann in den Poolclub. Emre ist großer Tag. Wird mit Sicherheit sehr, sehr lustig. Ja, in diesem Sinne. Hola, que tal? Mamu, que pasa? Amigo, ma amore. Es geht hier einfach hoch und runter die ganze Zeit. Perfekte Bedingungen für den Intervalllauf. Deswegen muss ich jetzt die ganze Zeit hoch und runter laufen. Das ist echt Quatsch mit Soße gerade. Oh, süß. Es geht nur bergauf. Wirklich jetzt. Schau. Kennt ihr das? Wenn ihr das Gefühl habt, es geht nur bergauf und gar nicht runter. Das macht eigentlich Mathematisch keinen Sinn. Mathematically. Es ist vorbei. Jetzt essen, duschen und dann. Wamo, que tal? Es ist unfassbar. Ma bella calling. Bist du bereit? Oder einfach. Wind und Wetter draus. Warmkrieger bleiben immer stark. Verstehst du? Jetzt essen wir erstmal, oder? Erstmal essen, Männer. Okay, wir gehen jetzt zum Beach Club. Mal schauen, ob das alles funktioniert. Wenn wir uns die Jungs anschauen, wie die angezogen sind. Ich bin ganz, ganz entspannt angezogen. Bei denen würde ich mir mehr Sorgen machen. Nein! Bah! Nein! Der ist halt auch geistig. Schau mal die Farbkombination. Das ist nur zum Autofahren aber. So sieht das Tanktop also an jemanden aus, der ein bisschen mehr Muskeln hat. Kann er einiges. Nein, der 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 kann er einiges. Der kann er einiges. Geil. Das ist so Läsch. Einfach ein riesiges Tag und wir sind alle Läsch. Musik Weißt du, den motiviert ich gestern war. Und wie sauer ich heute da reinlauste. Als würde ich den was schulden. Dann gehen rein. Haben uns getan. Ihm taugt es so heftig, dass er seine Karte mitgenommen hat. Und wir einfach seinen Nacken da jetzt komplett ausrasten werden. GG's in die Kommentare. Musik Musik Guck dir zu. Brauchen wir was. Ja. Champagne. Ich gebe dir den Menü raus. Ja. Mhm. Nein. Einfach, er wurde verhaftet. Wie fühlst du dich, Bruder? Scheiße. Auf deinen Nacken. Das schmeckt so gut. 55 Euro leichter fühlt er sich. Pelikan, Bruder. Pelikan. Also wir sind jetzt angekommen. Ja, die Flaschen waren schon da, obwohl wir sie eigentlich nicht bestellt haben. Aber die muss man halt nehmen. Merkt euch. Trinkt kein Alkohol. Alkohol ist nicht gut. Ich werde keinen einzigen Schluck trinken. Aber ich werde zahlen. Schmeckt gut. Trinkt aber kein Alkohol. Glaub mir. Ist nicht gut. Lohnt sich nicht. Eine halbe Stunde da. Emre einfach schon angetüdelt. Hol mal Lasse. Welp hundred. Sie haben Sie schon, treated ihr crist generated tonight. Mój Freund! Ты bist denn? Jetzt ist es mein Freund! M bundle ist es eine K miei Kilometer Ölgh congress. Ach's mal, Freund. Sy, mal sehen Sie. Joel ist mal. Jax! Jax! Vamanos! Che tal, amigo? Uuuuno per ciò. Io non ho visto che io sono bezzoffi Non è bella parte Der ist übertreibend. Bodenlos. Ja, der ist gut. Ist das locker? Ja. Ja. Der ist gut, Bro. Der ist gut. Okay, Jungs, das reicht. Erstmal locker. Lockern. Ablegen. Ich bin locker, Bro. Ich bin locker, okay. Felix. Schmeiß die Schwester. Der ist weg. Spray, spray, spray. Nein, mein Freund. Ich habe alles in meinem Mund. Bitte spray, Bruder. Wir haben Geld, Bruder. Hör auf. 220 Euro. Welcher ist dein? Hier ist es. Danke, mein Freund. 220 Euro. Ich will 7, Bruder. Willst du auch? Nein, danke. Ich habe genug. Wir haben Bier, wenn du willst. Bier? Wollt ihr Bier für 7 Euro? Er weiß noch nicht, das ist erstheimlos. Danke. Danke, mein Freund. Danke. Bad Influence. Bad Influence. Das ist der Schiss, Jungs. Ich muss es richtig verstehen. Du hast einen Schatten Bier für 7 Euro. Bro, er sagt danach 7 Euro Bier. Ich hätte nur Bier getrunken. Die teuerste Fruchtplatte ever. So eine große Fruchtplatte. 72 Euro. Und die? Wie viel? 24? Nur 24. Schnäppchen. 24 Euro. Die teuerste Melone, die ich jemandem gegessen habe. Pro Melone 3 Euro. 24 Euro. Dann kostet die Maracuja hier bestimmt 5 Euro. oder so. Einfach Polizei da jetzt anscheinend. Alle müssen jetzt auf einmal eine Maske tragen. Davor nicht. Wir checken gar nichts hier. IEEEY! Hallo. Emre! Was ist denn los? Emre! Emre! Was ist denn los? Was ist denn los ey? Bruder, bitte. Warum bist du so müde? Wir sind jetzt raus. Eigentlich beginnt die Party um 20 Uhr. Jetzt ist 19.30 Uhr. Ich bin nicht besoffen. Emre ist nicht besoffen. Ich sag's euch wie es ist. Einer von uns vier fühlt den Shit. Ist auch okay. Ja. Drei von uns fühlen den Shit halt überhaupt nicht. Ich hab meinen Krieger Niklas Dorsch gebraucht. Mein Krieger. Niklas, wenn du das siehst, da musst du mit Emre auf jeden Fall hin. Danke. Es ist einfach, es ist einfach, also es ist nicht so meins. Es ist einfach nicht meins. Also zum einen ist die Rechnung nicht meins, weil sie zu hoch ist. Aber zum anderen einfach so dieses High Society, vierstellige Summen ausgeben. Einfach nicht mein Leben. Party, laute Musik. Ich will einfach nur schlafen, chillen und schlafen und chillen. Ein bisschen Fußball spielen. Ein bisschen streamen. Mit Bay essen gehen. Mit Bay essen gehen. Ei, was fahren hier für... Seht ihr? Das ist das, was ich meine. Das ist nicht so meins einfach. Aber es war eine coole Erfahrung. Eine teure Erfahrung. Wir gehen jetzt zurück. Machen uns dann ready, weil wir Hunger haben. Hätten wir dort gegessen, dann hätte es eine Finanzkrise wahrscheinlich gegeben. Ist einfach nicht so meins. Es war auf jeden Fall krass zu sehen. Also es war wirklich ohne Spaß. Ich glaube ich wirklich High Society von High Society in Marbella. Wer es fühlt, soll da hin. Ist auch sehr schön dort gewesen. Aber meins ist es nicht. Und ich meine nicht die 0,5er. Oh süß. Emreth versucht jetzt irgendjemanden da anzusprechen. Was macht der? Schreibt die. Ja, das kann ich nicht. Hahaha. Hahahaha. Sie hat mich einfach erwischt. Hahahaha. Ha 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 ha. Hahahaha. Jaa. Jaaa. 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 Die sind so... Jaaa. Die sind so... Bitte hör auf damit. Bodenlos. Bodenlos, das geht gar nicht. Da hinten rechts online. Okay, wir können gehen. Fuck my life. Wir gehen ins Burger-East in Marbella. Mindestens drei von uns. Dann lass den Welt-Button. Naja, ich seh ihn nicht hier. Nein! Ich kotze doch. Ich hab gerade einen emotionalen Moment. Wir gehen ins Burger-East in Marbella, in der Nähe vom Strand. Emre geht es leider nicht so gut. Aber wir sind für ihn da. Und wir füttern ihn jetzt ein bisschen. Und dann immer nur. Dann wird alles gut. Nein! 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 Also... Einfach zwei ätzende Burger im Bauch. Ich bin so sauer. Wir sind... Janina hat einfach recht. Wir hatten einfach alles nicht machen sollen. Wir sind so Lash, wir sind so Lash alle. Einfach 2.000 Kalorien. Einfach 2.000 Kalorien. Wir gehen jetzt duschen. Können wir zusammen duschen? Nein! Und dann... Dann gehen wir schlafen. Morgen einfach Weekend-Leak. Boah! Einfach AMG. Ein eher nicht so erfolgreicher Tag. Gehört dazu. Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht!